Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play, diesmal im Ruinenpfad. Ich bin Kaito und an meiner Seite ist wieder einmal... ...Dementia 100. Dann wollen wir mal weitermachen mit dem Ruinenpfad. Und wir wählen die Kämpfer, die da eigentlich auch hätten sein sollen, na ja okay. Ja. Wir müssen das Level nochmal wiederholen, weil der letzte Part leider zu lang gewesen war, in dem wir das gezeigt haben. Daher konnten wir jetzt wählen, welche Kämpfer wir haben. Jo, und die hier sind eigentlich... ...regulär. Diesmal ist erstmal Spielkreis Grat. Nein, die sind nicht regulär. Eigentlich wäre das NES und Pokémon Trainer. Ne, ne, eigentlich Pikachu und Samus, weil... Ach ne, Forschungsstation war das. Nein, Forschungsstation war das. Okay. Dann nehmen wir jetzt diese hier, ne? Na komm, Pikachu. Jo. Der Elektro dürfte dir auch gar nichts anhaben eigentlich. Ja, aber eigentlich... ...ist ja nur eigentlich. Du fliegst genau in die Stacheln rein. Ich hab weniger Prozent als du. Ich hab weniger Prozent als du. Das stell dir nicht so an. Na ja, sind da noch 40 Prozent. Oh, fuck. So, das war's. Und abwärts. Jo. Du. Und... Und... Ach, ich kann doch einfach nur schlagen. Und... Ignorier den doch. Ja. Ist doch völlig unwichtig. Ach, verdammt, die können einem folgen. Piß durch. Ja. So, und die gehen nach unten. Ja. Und einfach weitergehen. Ja. Und jetzt nicht in die Lager fallen. Nein. Das hab ich nicht vor. Und denk dran, da kommt ab und zu Feuer hoch. Mhm. Ich merk schon. So, ich soll die Schalte ja aktivieren. Genau. Und jetzt schnell durchlaufen. Und wieder aktivieren. Und weiterlaufen. Und weiterlaufen. Aktivieren. Ah. Ich schaff's nicht. Dann lauf doch weiter. Hier ist noch ein Schalter. Oh, hab ich gehört. Schösschen. So. Von weiter. Unten, ne? Ja. 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 Woher hattest du denn? Der hält sich immer fest. Und alles down. Glaub ich zumindest, ey. Hier müssen wir nochmal lang. Wieso das? Wieso das? Da ist noch was. Okay. Hier hinter den Staffeln. Siehste? Da. Ja. 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 Wie vor's uns so geht wie beim letzten Mal. Jo. Das hat keiner gesehen hat. Jo. Wieso? In den vorigen Pots haben sie's auch schon gesehen, wie wir verkackt sind. Jo. Da haben sie's gesehen. Jo. Diese hier. Die sich hier vergrößern. Ja. Und da ja verdammt stark dadurch werden. Oh. Zack. Jetzt brauchen wir's auch nicht mehr. Ist doch egal. Jetzt haben wir's trotzdem ein. Komm. Jetzt muss wieder gekämpft werden. Komm. 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 Das war's. Weiter jetzt. Mhm. Ah. Jetzt wird wieder gekämpft. Nicht runterfallen. Das auch. Was das auch immer so nach oben gehen muss, ne? Ja. Dass da so eine Lücke da drin sein muss. Ja. Das nervt. Und? Ah. Ja. Ja. War gerettet. Oh. Schweingart. Ja. Fächer mitnehmen. Weiter. Ah ja. Aufzug fahren wieder. Mhm. Ja. Gut. In die Tür rein. Und weg. Jetzt müsste eigentlich wieder, genau. Vario. Jo. Diesmal sind wir, glaub ich, besser in der Zeit, ne? Ja. Noch sind's sieben Minuten. Okay. Weil wir dieses Mal nicht so oft verreckt sind. Weil es ist ja jetzt auch schwierig als gar normal, ne? Ja. Und weil keine... Und weil keine Zwischensequenzen eingeblendet wurden. Ja. Sonst hätte man noch gesehen, wie Vario auftaucht. Wahrscheinlich, weil wir nicht die regulären Charaktere jetzt genommen haben, ne? Nein. Das wird immer, wenn man das zweite Mal spielt. Ja. Genau das Richtige. Ja. Achso. Kannst auch rüberspringen, ne? Hallo? Warum kann ich diesen Mist... Das müssen wir nicht treffen. Oh. Achja. Wegen Story. Vario ist unverwundbar. Wie wegen Story. Oh, Stern. Nein. Jo. Das ist doch voll unfair. Na, dafür nehm ich jetzt dein Motorrad. Ich liebe ihn auch. Ich glaub hier noch war Schluss schon, ne? Wenn man Vario besiegt hat, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Ich hab ja schon so lange nicht mehr gespielt. Mhm. Diese feige Sau, ey. Versteckt sich da immer. Und... Er ist down. Er ist down. So. Und wieder einmal eine weitere Stage geschafft. Und das war's jetzt für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis wieder... Auf... Auf Wiedersehen. Jo. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.